Es kotzt mich so an. Es geht um überhaupt nichts mehr. Die ganzen Werte, also wie unsere damaligen Werte wie Frieden haben, sich lieben, also das im Ganzen, das ist alles weg. Es wird zugesülzt mit irgendwelchen Jappideppen, die irgendwie von 0 auf 100 Millionen scheffeln und sich ihre Autos doch nur leasen. Und verstehst du, ich könnte kotzen. Darauf kotze ich. Und da werde ich, wie ihr hört an meiner Stimme, das werde ich richtig sauer. Bis zum nächsten Mal.